also wenn er die angst kriegt kann er den geist daran töten richtig richtig gut dann halten wir ihn einfach davon ab die angst zu kriegen ich weiß wie stellen wir das an zuerst dafür muss er nicht dank der portale ist es durchaus möglich man müsste nun durch eins der portale den abkunft des zwielichts reisen und von dort aus die entlosen hüllen durch das rei der elbträume betreten nichts leichter als das hat man ihn nicht einige seltsame wegsteine aus knochen den des portals in den mons impfen gesehen vielleicht haben sie jemandem geholfen den weg zu diesem portal zu finden ein trockenbeschwörer vielleicht gut möglich der teilchen die man züpfen ist leichter zu erreichen als borgias wir sollten ihn stecken bevor er in den abgrund gelangt und definitiv bevor er die axt in die hände bekommt großartig treten wie ihm so richtig in den armen moment und was für ihn jetzt nicht schafft ich glaube an euch aber er klingt sehr mächtig ich ihr braucht einen plan für den notfall das sage ich nicht gern aber du hast recht dank dass du auf uns aufpasst das ist wahr wir bräuchten eine ähnliche mächtige waffe um gegen seine anzukommen das ist wahr wir bräuchten eine ähnliche mächtige waffe um gegen seine anzukommen keine ahnung ob das reicht aber ich habe dieses schwert von meiner barbara lasst mich das ist enorme handwerkskunst versetzt mich mit minder glücklicher macht erstauntlich aber ich fürchte dass das nicht ausreicht an der uhr großachst warum nicht zu bieten was wenn sie mit wochen früher auswirkt was was haupt etwas zu nicht und mein junger freund null aber ich weiß wie es finden können es ist immer welche flamme in den guckland ist drachen feuer die du sehen wolltest tja ich denke jetzt ist die zeit reif du hast recht darren füllen uns zirkelns gesegnetes schwert die menschen beherren sie nicht so mächtig wie die grobe nico sagst doch wir hätten zumindest eine chance wenn wir jemanden hätten der sich schmieden könnte sie ist schmieden das wäre sicherlich großartig viel wettbewerb damit würde sie garantiert den ersten platz schmieden das werde ich erwähnen wenn wir sie überzeugen müssen danke für die idee sehr gut meister schnieren forstgripp wird diese gelegenheit sicherlich dankbar nehmen mit ihr an unserer seite wächst meine zuversicht dass wir diese toten beschwöre aufhalten können ich glaube an uns und ich weiß dass der durchbruch und das portal darin gut geschützt sind auch wenn wir scheitern sollten auch wenn ich das nicht glaube denn ich weiß dass ich stark genug bin diesen kampf zu gewinnen und kleben zu und die anderen auch ja die anderen auch ich will ehrlich sein ich weiß nicht ob ihr auf ihr genug seid keine droge was du darfst lachen die wir uns nicht verbinden können das zb mich das zu ich wusste dass wir auf dich erzählen können du schreibst alles mit wo wir sprechen richtig ich tue mein bestes Könntest du uns zwei Quasten hierfür schreiben? Wir sollten uns aufteilen und unsere Notfallpläne gleichzeitig bereich machen. Also herrscht du braun die Däne, Jünger-Rollt. Und so haben wir eine Ausrede, dass du uns durchs Warnkopf hast. Nicht, dass ich eine Ausrede bräuchte, aber es ist ein kleines Ritual, das mir hilft. Ich will sehen, was ich tun kann. Ich sehe zu, dass ich morgen alles verweitet habe. Ich vertraue dir so, wie du uns vertraust. Unterverbehalt? Exakt. Unterverbehalt. Aber mit Hoffnung. Ja, mit Hoffnung. Bis morgen also. Zerrin, komm mit. Wir schicken dir eine Erklärung. Ehe du hier so zuwächst. Stimmt. Gehen wir. Ich kann mir das alles ohne mögliche mitgeben lassen. Bis wir sehen uns am Morgen. Danke für deine Elfe. Roten wir die Welt in Ordnung. Glück. Natürlich klein. Und viel Glück. Christ. Was denn? Ah ja. Das ist die Klinge. Bis ins Gewalt geklingen wird. Einst ihre Großmutter angeblich ein Geschenk. Der Drachen selbst. Es ist beeindruckend, wenn es stimmt. Ein Drachen mit Waffen vergeschmiert. Wurde kein einer Waffe. Doch ein paar Wurde bieten. Hoffen wir, dass die immer leuchtende Flamme etwas verspricht. Ah, da muss noch etwas dazwischen machen. So würde ich sagen. Grußarzt. Nein. Nicht. Hm. Der Feind bleibt die Zerstörung des Eta-Bones. Hierfür benötigt der die Grußarzt. Oh, was sagst. Um die Geisterwelt auf der Rest des Bones nicht ablenzulassen. Nur eine Waffe mit. So würde ich sagen. okay das ist im Grunde nicht am Ende. Das ist vielleicht nicht. Okay das auf jeden Fall. Okay das war mal fun. Und dann muss ich da hinten vorstellen. Weibchen. Tja, es wird hier richtig knifflig. So vielleicht. Nicht. Na fantastisch. Ok, das ist schon mal nicht. Das hilft mir ja sehr weiter. Ich habe die 2 Jahre nicht gepasst. Ich habe die 2 Jahre nicht gepasst. Jetzt wird man das hier mit dazu fügen. Ne. Da würde ich mal sagen. Die Hauptstadt. Darum geht es. Es geht erstmal um das Portal. Die Hauptstadt ist eine andere Quest. Ja, vielleicht so. Die 2 Jahre nicht gepasst. Die Personifikation des Bösen. Sucht verzweifelt danach. Doch zuerst muss er dafür den Abgrund des Zwielichts durchqueren. Dafür benötigt er ein Portal. Das klingt nach einem idealen Ort aufzuhalten. Nicht wahr? So. Weitere Quest. Die Stadt wird von Untoten angegriffen. So. Der Tod in der Hauptstadt. Der Tod in der Hauptstadt. In Rode Untoten nähert sich der Hauptstadt. Der unstillbare Hunger nach pflanzlichen Materialien hat sie zu den Wurzeln des Ätherbums geführt. Und damit zu Thymis. Und damit zu Thymis, der Hauptstadt, die in seinen Wurzeln vorgebogen liegt. Zwar handelt es sich um ein Abhängungsmanöver des Nekomanden, um seinen wahren Plan ungestürzt voranzubringen. Doch die Untoten müssen aufkalken werden, ehe ihr älter Hunger nach Fleisch wieder erwacht. Und wer dann nur das hier? Legenden und der Kirche erzählen davon, dass die erste Flamme, die wir hatten, die Welt schenkt immer noch in einem Blutland brennt. Seine Waffe und eine Waffe mit Finis. Den Hebe des Drachenfeuers. Nur eine Waffe, die mit Drachenfeuern geschmiedet wurde, kann hoffen, gegen die legendäre Urkungs-Abst bestehen zu können. Glücklicherweise wird in einem Tempel in den Hochlanden die immer leuchtende Flamme aufbewahrt. Ein zeitliches Geschenk der Drachen, das nun unsere Rettung sein könnte. Und welche Klinge wäre, würde in dieser Flamme geschmiedet werden, als ein weiteres Geschenk der Güter. Ein Erbstück, das in Zerlins Familie weitergegeben wurde. Und in dessen Klinge Helden wird eingearbeitet zu sein scheint. Und Hieb. Und haben wir so die Quests. Unbefülle Zeit. Und wenn er selber kommt. Und Wurznacht. Der Mauligetag wird gespannt. 3. Die Zwielichtflut. Kapitel 22. Kapitel 22. Zwielicht. Zinnias. 4. Wofür? 1. 11. Na, was das für diesen Tag zu bedeuten hat. 4. 1. Zinnias. 1. Wir werden die Helden schaffen, die Welt zu retten. Hm, die 16. Ja. Oha. Guten Morgen. Gut geschlafen. Hör mal. Das riecht aber nicht. Gib mir alles was du hast. Hör mal. ein paar Lava in den Hörungen, wie noch was. Ähm, hallo? Hör mal, willst du mich vergärt ehren? Tut mir nett, ich bin nicht gut in Form. Passt schon. Scheint ziemlich gute Laune zu sein. Na hör mal, du hast nicht oft die Chance, an so einem Projekt zu malochen. Gut zu sehen, dass du mit solcher Leidenschaft dabei bist. Ich hoffe, Lin hat es nicht allzu schwer, dich zu überzeugen. Nein. Kaum dass ich Drachenvöl gesagt habe, war sie nicht mehr zu bremsen. War nur schwer, sie zu finden. Ich hätte dich nicht zu den Leuten erzählt, die nachts zu essen. Meist auch nicht. Nein. Mit guter Suppe lasse ich aber mit mir reden und bieten Kumpels. Also war deine Suche nach Nervenahrung von Erfolg gekriegt? Nicht im Kriegst. Die Schatten der Nacht hatten sich gegen mich verschwunden. Dorea versprachen mir, dass wir gemeinsam etwas Buttergebäck machen werden, soweit die Sonne hoch am Himmel steht und die Lägen geöffnet haben. Erstmal muss ich aber das Schwertpferd schmacken. Hat es der denn nicht informiert, was auf dem Spiel steht? Habe ich. Diese Siegel-Aparallos werden nicht wissen, wie ihnen geschieht, wenn sie mit meinem neuen Aparallos hier eins aufhörungen kriegen. Das Siegel von Alkares, meinst du? Äh, das Siegel von Alkares, meinst du? Gesundheit. Also habt ihr einen Plan? Mehr oder weniger. Du hast uns schon gerade viel mit deinen Schwester Mopeds erzählt. Tut mir leid. Naja, hast getan, was du konntest. Wir kriegen den Tropfen gelutscht. Aber diese immer leuchende Flamme von Leviathan tut schon nach Mopeds klingen. Ich finde, es klingt genau nach dem, was man braucht, um eine mystische Waffe zu schmieden, die die Welt retten wird. Das will ich melden. Hör mal. Äh, du bist okay. Damit, dass wir dein Schwert dafür verwursten, Sir. Ja. Es ist das Richtige. Das habe ich nicht gefragt. Glaub mal. Ich klinge mich mit Erbstücken aus. Ist schon okay. Es ist nur... Ich frage mich, ob ich immer noch dieselbe Verbindung zu meiner Barbara fühlen werde, wenn ich das Schwert danach angucke. Irgendwann wird alles, was sie je gesehen hat, vergehen. Glaubst du nicht, dass sie mir gerne das Schwert von Zermin der Heldin sehen würde? Das klingt absolut wundervoll. Hör mal. Ich kenne deine Oma nicht. Ich kenne deine Oma nicht. Aber ihr Schwert mit Dranfall zu schmieden, um eine Welt zu retten. Das hätte sie garantiert für mächtig stolz gemacht. Und ich stelle sicher, dass die Waffe der beste wird, die auf dieser Seite von Interbor mal wer in einer Prank hatte. Du musst immerhin einen Wettbewerb gewinnen. Da sagst du was. Ich habe die ganze Nacht darüber gegrübelt, was ich alles mache. Das Design ist noch nicht fertig. Aber ich kriege das auf der Tour zu den Hochland schon fertig, wenn ich gut drauf bin. Rhea, ist alles okay? Jetzt steig mal auf der Bremse. Du schänzt dich selbst stark unter Druck zu setzen. Na, hör mal. Für sowas haben, kann ich doch nicht irgendwelche Pödel abliefern. Und bevor ich mit dem Manuchen anfange, muss ich einen Plan haben. Das muss richtig geschmiedet, abgekühlt und geschliffen werden. Und die fünf varikanischen Hetzetechniken nicht zu vergessen. Und die fünf, warte mal. Das könnte tatsächlich klappen. Dass du dich daran erinnerst, hör mal. Gewiss, und ihre Ausflugungen zu diesem Thema waren ausgesprochen leidenschaftlich. Ich freue mich darauf, eine Waffe von dir in den Händen zu halten, Rhea. Mit dir weiß ich das Schwertmänner-Barber in guten Händen. Das Schmieden ist also abgehört. Habt ihr für den Rest auch einen Plan? Ja. Weil wir nicht wissen, wer oder was die Flamme wacht, nehmen wir Hexen mit. Falls wir auf irgendwelche magischen Hindernisse stoßen, da Klee und Stier nicht bekommen können und wir zu dem Huch landen müssen, hoffen wir einfach, dass Baja und mit ihrem Baum Reise und Ding helfen können. Klingt, als hättet ihr alles, was ihr braucht. Du als kämpferische Freund, Rhea als Schmiedin, Hex und Baja für magische Unterstützung und Klee als... Ich fürchte, mein Platz ist nicht in dieser Gemeinschaft. Ich habe es versucht, doch ich der bloße Gedanke an meine Evelyn verletzt und allein oder Schlimmeres. Selbst mein untodes Herz kann sich dieser Sorge nicht verschließen. Egal, was zwischen uns vorgefahren sein mag, mein eh nächster Wunsch war stets, sie in Sicherheit zu wissen. Doch meine Freunde allein losziehen zu lassen, schmerzt ebenso stark. Er hat den ganzen Namen nur rumgesessen und geflennt. Ich wollte nicht eine Seite wählen, nur um die andere vielmehr zu verlieren. Da habe ich dann halt mal den Suppenschüssel am Tisch gehauen. Wir gehen schon nicht drauf, nur weil wir ein paar Mal Tage nicht mit dem da beäugt wären. Und doch, genau dieses Schicksal hat mich zu oft in all meinen Jahren erregt. Er sagte ich nach Trott dann, wenn du mein Meisterwerk niemals nässigst. Mehr Jahre, wenn ich mich persönlich durch den Baum nagen muss. Die Trunken wollen den ja scheinbar eh verputzen. Und dieser Worte fuhr schon den Großteil des Schmerzes weg, der auf meiner Seele lag. Gewiss ist es nun an der Zeit, in der Zukunft zu glauben. Und die Vergangenheit zu zitieren, die ich zurückließ für diejenigen, die mir am meisten bedeuten. Sofern, ich sie nicht vergesse. Aber da haben wir uns dort einfallen lassen. Ich muss sie nur hervorrufen und sehe die liebevollen Gedanken, die Riga und Zirka für mich darauf verewigt haben. Auch wenn sie weit weg sein mögen. Das klingt großartig. Wir haben sogar eine von euch. Ich fühle mich geehrt. Scheint ihr habt an alles gedacht. Hoffentlich. So ein wenig Hilfe von deinem Gesoff wäre aber gut. Habt ihr etwas im Sinn? Etwas Feueres, denn es wäre sicher nützlich. Klingt so. Wenn man das schon so machen, sollten wir auch schnell unterwegs sein. Ich will nicht meinen, dass wir in irgendwelche Fallen laufen wollen. Und etwas stärker für das, was wir nicht vermeiden können. Die und die Feueristenz wären auch beim Schmien helfen. Aber diese Feindgeister, die ich dir gestern gegeben habe. Unsichtbarkeit wäre auch nicht schlecht. Wir könnten damit sicherlich einige kreative Lösungen für unser Problem finden. Sich auf Intelligenz zu fokussieren könnte auch gut sein. Das würde hextsicher gefallen. Bestimmt. Seine Ideen wären entweder spektakulär klappen oder spektakulär fehlschlagen. Falls es dazu kommt, sollten wir den Charme haben, um uns rausdrehen zu können. Und, dass du selbst meine Gliedwillen durch meine Fesseln auftritt verblüfft sein. Das klingt ja ganz nett. Ein wenig Intelligenz könnte auch mit dieser Technik helfen, die du erwähnt hast. Und dem ganzen Ding sind es krachen. Jo. Du schaust aber außer Wäsche. Als würdest du uns helfen wollen. Du würdest geschickt mit etwas Stärke dazu. Und wer ist denn so da? Dann sollen wir das ganze mit Intelligenz und einer Dosis Kars mal ankehren. Falls dort alles schief geht. Und ein wenig Unsichtbarkeit dazu. Also wenn ihr mich fragt. Intelligenz und Charisma oder Geschwindigkeit und Stärke. Die Waldgäste haben wir noch nicht genutzt. Dann mach ich mal dann. Die Waldgäste müssen wir Intelligenz und Charisma machen. Bin ich auch tatsächlich dafür. Ich glaube das ist da. Wir wollen die irgendwie am Leben halten. Also. Trank mit 3 Intelligenz. Und mindestens ein Charisma. Und der würde gehen. so ein bisschen zu machen. Immer den Supernova Zeltas. Ich koch, dass passt. Und dann noch einmal Karsen. Und zweimal. Mit den Wins. Ich koch, jetzt. die zander an du sie versuchen ist einmal sehr schön und schief und wenn ihr die waffe und dich schmieden wollte wie das am besten kräfte einzuteilen und wer oder was auch immer diese flamme gewacht sollte interesse am wohl ergehen der drachen haben also auf eine clevere lösung auf alle probleme danke das wird uns eine große hilfe sein dann gehen wir mal nach hollande und ich holen noch exakt bevor der nach seiner ex von geht wohl zu bayer ja töfte naja das ist so hast du noch einen spruch auflager und haben ja dann nur raus pass auf die knarzende stufe auf wenn du gehst passt schon machst gut schon seltsam oder was genau da draußen tut ein kampf um das schicksal der welt und elfchen ist nicht hier und macht sich deswegen fast ins hemmt was eigentlich mit der passiert kommt die noch mal wieder das alles hier hätte extrem gefallen denke ich nicht diese verdammnis weil das aber dass wir uns zusammen tun um ihnen das böse zu kämpfen stell sicher dass die truppe so zum zwiebelicht vorteilen gehen nach sieben ausschau halten werde ich gut dann sollte ich wohl die pass auf nicht aufhören immer doch Untertitelung des ZDF, 2020